und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf diesem kanal diesmal das unboxing zu der serie shaker die sarkprinzessin avenging battle also die zweite staffel mit der dann alles abgeschlossen wird ich werde jetzt erstmal die folie entfernen wenn ich es dann hinbekomme und dann macht die schare gleich mal abgang das ist gut das nehme ich das paket ist diesmal nicht aufgeklebt da sieht man eigentlich mal wieder dass es ja geht ja das ist die rückseite das ist die seite natürlich und von vorne noch mal oben und unten ist nichts dann kommt raus hier ist auch noch mal was mit drauf und hier haben wir das erste volume rückseite das ganze geht 90 minuten also drei episoden mit dabei ist ein booklien sticker und ein wendekommer hier haben wir die erste scheibe und das booklien das ist klein und dünn das quasi das cover vom ersten volume noch mal als sticker was natürlich viel zu schade ist um das zu verwenden und hier haben wir noch das wendekommer ohne fsk logo ja mehr gibt es jetzt eigentlich auch gar nicht dazu zu zeigen zu dem ersten volume ich bedanke mich fürs zusehen und bis zum nächsten mal ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020